Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich bin's wieder, euer Justin und ja Freunde, heute ja eigentlich schon ziemlich, ziemlich früh, aber umso früher, umso besser, würde ich behaupten. Ob's stimmt, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber heute mal sehr, sehr früh mit den, ja, Zweitliga-Tipps zum zweiten Spieltag, denn ihr werdet dieses Video hier am Dienstag oder Mittwoch wahrscheinlich sehen, aber ich nehm's schon am Montag auf. Ja, meine Tipps vom ersten Spieltag kennt ihr und wir blicken einmal drauf zurück, wie die Spiele wirklich ausgegangen sind. Ich hab die Ergebnisse nämlich geändert, aber ich sag euch nochmal, wie viel ich überall getippt habe. HV Schalke ist 5-3-Ausgang, ich hatte 1-2 für Schalke getippt. Kaiserslautern-San-Pauli ist 2-1 für San-Pauli-Ausgang, also 1-2, da hatte ich 2-1 getippt. Hannover-Elbersberg ist 2-2-Ausgang, da habe ich 3-0 getippt gehabt. Osnabrück-Karlsruhe hatte ich 1-2 getippt, ist 2-3 ausgegangen. Wiesbaden-Magdeburg hatte ich 2-2 getippt, ist 1-1 ausgegangen. Düsseldorf-Hertha hatte ich 2-1 getippt, ist 1-0 ausgegangen. Fürth gegen unseren SC Paderborn hatte ich 1-2 getippt, ist 5-0 ausgegangen. Rostock-Nürnberg hatte ich 1-0 getippt, ist 2-0 ausgegangen. Und Braunschweig-Kiel hatte ich 0-2 getippt, ist 0-1 ausgegangen. Dementsprechend, Leute, Tabellenführer der neuen Saison, der erste Tabellenführer, Kreuter führt und wir sind auf dem letzten Platz. Ja, mein Verein ist auf dem letzten Platz. Warum? Dazu werdet ihr im zweiten Tipp mehr erfahren. Aber wir legen los mit Wiesbaden gegen Hertha, bzw. Hertha-Wiesbaden. Hertha-Wiesbaden, erstes Freitagabendspiel, 18.30 Uhr. Ja, Hertha verloren. 1-0 gegen Düsseldorf. Ich wusste, dass Hertha nicht gewinnen wird. Also, ja, aber jetzt kommt auf jeden Fall ein Aussteiger aus der dritten Liga. Die haben 1-1 gegen Magdeburg gespielt. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, trotz alledem wird das am Ende nichts für Wiesbaden. Und Hertha kann den ersten Halbdreier einfahren. Am Ende 2-0. So, Freunde, die nächste Partie ist mein Verein Paderborn gegen Osnabrück. Ja. 5-0 gegen Fürth verloren. Äh, man kann dazu eigentlich nicht viel sagen. Man kann dazu schon was sagen, aber warum wir 5-0 verloren haben, das werdet ihr direkt am Anfang erfahren. Wir haben in der 8. Minute durch den VAR eine rote Karte kassiert. Ja, von unserem Neuzugang Visa Miesliu oder wie der heißt. Ja. Und wenn du 82 Minuten in Unterzahl spielst und vor allen Dingen du eine Mannschaft bist, die mit Dreierkette spielt, ergeben sich halt Räume für den Gegner. Wir haben eigentlich relativ gut dagegen gehalten bis, ja, zur 30. Minute ungefähr. Wir haben ungefähr 30 oder 25 Minuten ungefähr haben wir ohne Gegentor ausgehalten. Also bis zur 25. oder 30. Und dann haben wir halt 1-2 kassiert, 2-0, 3-0, dann war Pause. In der 2. Halbzeit noch 4-5-0 kassiert und das war's. Es ist echt bitter. Ich bin noch immer gebrochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja auch erst ein Tag her. Aber Freunde, man muss bedenken, wir hatten eine rote Karte und in den ersten 8 Minuten, die wir im 11 gegen 11 gespielt haben, haben wir, finde ich, definitiv besser gespielt. Und selbst, als wir in Unterzahl waren und es noch 0-0 stand, hat nach meiner Meinung nach Fürth keine Ideen gefunden, wie die irgendwie unsere Abwehr ausspielen könnten. Gut, wir hatten auch ab und zu mal Glück, aber Fürth hatte einfach keine Ideen, bevor das 1-0 gefallen ist. Quasi mit der ersten richtig gefährlichen Aktion hat Fürth das 1-0 gemacht. Und dann lief es halt. Ja, deswegen mehr kann ich zu uns leider nicht sagen. Ich finde, man kann auch echt schwierig sagen, ja, Paderborn wird jetzt Abstiegskandidat sein. Ich glaube nicht, dass wir Abstiegskandidat sein werden. Aber das werden wahrscheinlich jetzt einige denken, weil die sich wahrscheinlich so viel von uns, vom SCP erwartet haben am ersten Spieltag. Ich habe nämlich auch einen Kommentar gelesen, wo gesagt wurde, ja, wir sind angeblich schlecht, weil wir in Unterzahl verloren haben. Ich meine, 5-0 ist schon ein bisschen hoch, aber was willst du machen, wenn du 82 Minuten in Unterzahl spielst? Ist bitter, wie gesagt, aber gut. Am Ende des Tages ist halt die Niederlage da. Jetzt spielen wir gegen Osnabrück. Ja, die haben gegen Karlsruhe 2-3 verloren. Zu Hause 3-2 hat Osnabrück verloren. Ja, die haben nach 70 Sekunden schon das erste Gegentor kassiert, aber haben auch zwei Tore geschossen, im Gegensatz zu uns. Aber es ist noch immer ein Aufsteiger. Klar, Osnabrück hat die meisten Spieler zusammengehalten, aber ich glaube trotzdem, dass das am Ende nichts wird für Osnabrück, weil wir hatten auch letzte Saison schon so eine Heimstärke und die werden wir jetzt weiterführen, auch wenn wir das letzte Heimspiel letzte Saison verloren hatten, das am 34. Spieltag gegen Nürnberg. Aber ich denke mal, wir werden das hier gewinnen und somit auch die ersten drei Punkte einfahren, die wichtig sind, vor allen Dingen, wenn man den ersten Spieltag verliert, muss man, um sich ein gutes Gefühl zu, um ein gutes Gefühl zu bekommen, den nächsten Spieltag gewinnen. Und ich sage, dass Gewinn war mit 3 zu 0. Der eine oder andere würde sagen, Digga, was laberst denn du da? Aber Leute, wir sind Paderborn. Wir schießen gerne viele Tore, aber gut, wenn man dann 11 gegen 10 bzw. 10 gegen 11 spielt, ist das natürlich schwierig. Es kann sein, dass Osnabrück bunkern wird, wovon ich nicht ausgehe, aber ja, mein Ergebnis steht, bleibt stehen, hinten 3 zu 0. Ähm, ja. Dann kommen wir auf jeden Fall auch schon zum nächsten Spiel, und zwar San Pauli gegen Düsseldorf. Zwei Gewinnertreffen aufeinander. Der eine hat ein Tor geschossen, der andere hat zwei Tore geschossen. Mich hat echt ein bisschen überrascht, dass San Pauli in Kaiserslautern am Betze gewonnen hat. Äh, ich denke mal, es wird nicht einfach, gegen Düsseldorf, die gegen Hertha gewonnen haben, 1 zu 0. Aber, San Pauli ist zu Hause stark. Und deswegen gehe ich hier mit einem 3 zu 1 für San Pauli. Jetzt treffen wieder zwei, äh, Gewinner vom ersten Spiel aufeinander, und zwar Holstein Kiel gegen Greuther Fürth. Die Kieler haben auch in Überzahl, äh, haben die gegen Braunschweig gewonnen, 1 zu 0. Fürth hat in Überzahl 5 zu 0 gegen uns gewonnen, weil wir halt, äh, 82 Minuten in Unterzahl waren. Bei, äh, Braunschweig ist das erst in der 51. passiert in Braunschweig, die Gelb-Rote für Braunschweig. Gut, es ist aber jetzt auch egal, es geht um diese beiden Mannschaften hier, haben beide gewonnen. Aber ich denke und glaube auch, dass Fürth sich hier durchsetzen wird, auch wenn es vielleicht knapp wird. Aber, ich sag am Ende 2 zu 0 für Fürth. Es war jetzt nicht knapp, aber egal. So, da kommen wir auf jeden Fall schon zu dem ersten Auf, nee, zum zweiten Aufsteiger schon der Saison, und zwar zu Elversberg. Die spielen jetzt zu Hause gegen Rostock, nachdem die auswärts in Hannover einen Punkt geklaut haben. Rostock zu Hause gegen Nürnberg gewonnen, sehr, sehr stark, 2 zu 0. Und, ähm, ja, nachdem Transfers die Rostock auch getätigt hat, war mir das auch klar, dass Rostock, ähm, ja, vor allem gegen Nürnberg definitiv die drei Punkte holt. Jetzt gegen Elversberg, ich weiß nicht, Elversberg hat 2 zu 2 gegen Hannover gespielt, nachdem die 2 zu 0 geführt haben. Jetzt gegen Rostock, die aber auch gut drauf sind. Und ich glaube, Rostock macht das auch am Ende mit 2 zu 1. Als nächstes, das, äh, Samstag, Topspiel, 20.30 Uhr, Schalke gegen Kajda Slautern, äh, Verlierer trifft auch Verlierer des ersten Spieltags. Man muss echt sagen, Hamburg gegen Schalke war echt, echt ein richtig, richtig geiles Fußballspiel. Da kann man einfach nichts anderes zu sagen. Das war das beste Zweitligaspiel, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das beste Zweitliga-Eröffnungsspiel. Lautern 2-1 gegen Pauli verloren, Kopf abschütteln, weitermachen. Jetzt geht's nach Schalke, wo auch gute Stimmung ist. Und ich denke mal, da wird auch gute Stimmung sein, von beiden Fanlagern. Aber am Ende wird sich, denke ich mal, Schalke auch den ersten Dreier der Saison holen. Aber das wird auch eine ziemlich enge Nummer, sag ich. 2-1 für Schalke. Als nächstes Gewinner gegen Gewinner. Karlsruhe empfängt Hamburg. Letzte Saison, weiß ich noch, da hat äh, Karlsruhe nach der ersten Halbzeit schon, glaube ich, war das 3-0 gegen Hamburg geführt in, äh, Karlsruhe. Am Ende, glaube ich, war das 4-2 gewonnen. Jetzt hat Karlsruhe das erste Spiel auswärts in Osnabrück mit 3-2 gewonnen. Hamburg hat, äh, sich lange, lange schwer getan gegen gute, äh, gut spielende Schalker, die sehr effizient waren. Aber gut, der Auslöser natürlich für den Sieg war dann, denke ich mal, die rote Karte. Jetzt geht's gegen Karlsruhe und ich denke, dass Hamburg hier auch punkten wird und auch klar und deutlich mit 3-1. Das nächste Spiel, Magdeburg gegen Braunschweig. Magdeburg hat gegen Wien-Wiesbaden unentschieden gespielt. Braunschweig hat verloren, aber auch wieder in Unterzahl. Äh, Braunschweig konnte im Gegensatz zu uns, also, im Gegensatz zu uns, Paderborn konnten die ziemlich lange die Null halten. Liegt aber auch daran, in welcher Minute dann diese rote Karte kommt, ne? Weil, wie gesagt, bei uns war es schon in der achten, bei Braunschweig ist das in der 51. Ähm, ja, dann verlierst du das Spiel halt unglücklich, weil das entscheidende Teil der 90. Minute gefallen ist. Magdeburg spielt 1-1 gegen Wiesbaden, die auch in Unterzahl agiert haben, also die Wiesbadener und haben sich in Unterzahl tatsächlich einen Punkt gegen Magdeburg geholt. Das ist echt stark. Also, die haben eine gelb-rote Karte kassiert, habe ich gesehen. Und dann, drei, vier Minuten war es, glaube ich, später haben die einfach ein Tor geschossen. Ja, also die Wiesbadener Magdeburg war in Führung, dann schießt Wiesbad ein Tor. Ja, am Ende 1-1. Also, ich glaube, Wiesbad war damit zufriedener als Magdeburg. Jetzt, Magdeburg-Braunschweig ist auch, finde ich, ein schwieriges Spiel, aber ich denke mal, am Ende wird Magdeburg das Ding gewinnen. Sagen wir, 1-0. Nächstes Spiel, Nürnberg gegen Hannover, nicht Hamburg, Nürnberg gegen Rostock verloren, gegen starke Rostocker, Hannover 2-2 gegen Elbersberg gespielt. Ja, war aus beiden Sichten wahrscheinlich nicht der erwünschte Start in die Saison. Da kann ich Hannover aber noch zufriedener geben als Nürnberg, weil Nürnberg ja gar keine Punkte geholt hat. Jetzt treffen Nürnberg und Hannover aufeinander und ich denke mal, dass das bei einem torlosen Remis bleiben wird. Ja, Freunde, damit sind wir auf jeden Fall durch für die Zweitliga-Tipps am zweiten Spieltag. Ich sage euch nochmal einmal meine Tipps. Hertha, Wiesbaden 2-0, Paderborn, Osnabrück 3-0, St. Pauli, Düsseldorf 3-1, Kiel, Fürth 0-2, Elbersberg, Rostock 1-2, Schalke, Lautern 2-1, Karlsruh, Hamburg 1-3, Magdeburg, Braunschweig 1-0, Nürnberg, Hannover 0-0. Dann gucken wir auf jeden Fall einmal auf die Tabelle nach dem zweiten Spieltag und wir sehen klar und deutlich, Fürth wäre, wenn es wirklich so kommt, Tabellenführer weiterhin, ohne Gegentor sogar, Hannover, Hamburg auf den zweiten, ich weiß nicht, was ich mit Hannover habe, Hamburg auf den zweiten mit Pauli und Rostock auch gleiche Punktzahl, also die ersten vier der Oma haben alle gleiche Punktzahl. Dann kommt als einzigster mit vier Punkten Magdeburg, Hertha, Schalke, Karlsruh, Düsseldorf, Kiel und wir aus Bad Aborn mit drei Punkten. Dann einzigster mit zwei Punkten Hannover, Elversberg, Wiesbaden, Nürnberg mit einen Punkt und null Punkte auf dem Konto haben, bis dahin noch Lautern, Braunschweig und Osnabrück. Ja Freunde, das ist auf jeden Fall die Tabelle, wie sie nach meinen Tipps jetzt nach dem zweiten Spieltag aussehen würde. Mal gucken, ob es so eintreten wird. Ich hoffe darauf, dass unser SC Paderborn die drei Punkte jetzt zu Hause einfährt, damit wir ein bisschen Sicherheit bekommen, weil drei Punkte wären echt nicht schlecht, dann rückste so fast ins Mittelfeld der Tabelle höchstwahrscheinlich und ist zwar erst zweiter Spieltag, aber unsere Tordifferenz nach dem ersten Spieltag 0 zu 5, also minus 5 Tordifferenz, das ist natürlich brutal und wenn wir dann jetzt drei Tore schießen würden, dann hätten wir nur noch minus 2 und das wäre extremst wichtig für den Ausstiegskampf beziehungsweise nicht Ausstiegskampf, aber halt für die Tordifferenz am Ende der Saison. Auf jeden Fall würde ich sagen Leute, das war es von diesem Video, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr sehr gerne einen Daumen hoch oben da, vergesst den Kanal und die Glocke zu aktivieren und was ich euch noch kurz sagen kann beziehungsweise will, in einer Woche oder wenn ich das Video hochlade in 6 oder 5 Tagen kann ich endlich wieder streamen, dann werde ich wieder streamen und ja, dann werden wieder weniger Videos kommen, ist ja klar und ansonsten würde ich sagen Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, haut rein bis dahin und tschau tschau